Wie viele hast du gekauft? Wie viele hast du gekauft? Drei? Drei Eis und zweimal Die kleinen Flaschen, die waren im Angebot Ich habe die genommen, 2,94 Euro in 6er Pack ohne Leergut natürlich Und da habe ich gedacht, die nehme ich, weil wir zwischendrin können Und die Adelholzen sind auch ganz voll aus dem Wasser Ich denke, dass sie nicht passen können Ich finde, dass sie hier nicht passen können Das ist das Problem Das ist das Problem Wir können auch von hier rüber fahren Sie können auch von der Bundesstraße, wie Sie Das ist quasi so popular Sie können hier machen Ich weiß nicht Sie können hier Sie können immer arbeiten, immer arbeiten Riesen nieren Riesen nieren Oh 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 Vielen Dank.